Wie du mit einem Flaschenzug schwere Lasten ganz einfach anheben und bewegen kannst, zeigen wir dir jetzt. Viel Spaß! Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Ein Flaschenzug ist eine mechanische Vorrichtung, mit der du schwere Lasten mit einem geringeren Aufwand anheben kannst. Er besteht aus einer oder mehreren losen bzw. festen Rollen und einem Seil mit geringer Eigendienung. Der Aufbau eines Flaschenzugs hängt stark von der Positionierung der losen Rollen, festen Rollen und des Seils zueinander ab. Schauen wir uns den Aufbau doch mal genauer Komponente für Komponente an. Das Seil in einem Flaschenzug ist für die Kraftübertragung deiner Zugkraft FZ und der Gewichtskraft der Last FL zuständig. Willst du noch mehr zur Gewichtskraft wissen, dann schau unser Video dazu an. Im Idealfall benutzt du ein Statikseil. Das bedeutet, dass das Seil keine Dehnungen zulässt. Für besonders große Lasten verwendest du Stahlseile oder Ketten. Rollen sind der zweite wichtige Bestandteil eines Flaschenzugs, da sie für die Führung des Seils verantwortlich sind. Du kannst zwischen festen und losen Rollen unterscheiden. Von einer festen Rolle ist die Rede, wenn sich die Position der Rolle im Flaschenzug nicht verändert. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Rolle sich nicht drehen kann. Durch eine feste Rolle kannst du eine Zugrichtung umdrehen. Die Zugkraft, die du aufwenden musst, bleibt allerdings gleich. Ebenso sind der Zugweg und der zurückgelegte Weg der Last identisch. Lose Rollen können sich bei Benutzung nach oben und unten bewegen. Die beiden Seilteile, die von der losen Rolle aufgenommen werden, nehmen jeweils zu gleichen Teilen die Last auf. Das bedeutet, dass du lediglich 50% der Gewichtskraft aufwenden musst, um die Masse zu bewegen. Allerdings verdoppelt sich auch dein Zugweg. Nun, da du die einzelnen Bestandteile eines Flaschenzugs kennst, schauen wir uns das Funktionsprinzip eines einfachen Flaschenzugs an. Verwendest du bei deinem Flaschenzug nur eine feste Rolle, wird das Gewicht mit der Masse M mithilfe dieser festen Rolle nach oben bewegt. Die notwendige Kraft wird lediglich umgelenkt. Obwohl du also keine Kraft sparst, hat dieser Flaschenzug trotzdem Vorteile für dich. So kann es für dich angenehmer sein, die Zugrichtung zu ändern. Außerdem kannst du dir mit diesem Flaschenzug deine eigene Gewichtskraft zunutze machen. Das Gewicht wird genau um die Strecke bewegt, die du auch am Seil ziehst. Natürlich kannst du auch eine lose und eine feste Rolle kombinieren. Die Zugrichtung wird durch die feste Rolle umgelenkt, die Zugkraft durch die lose Rolle aber zusätzlich halbiert. Ziehst du das Seil bei diesem Flaschenzug um die gleiche Länge wie beim Flaschenzug mit nur einer festen Rolle, hebt sich das Gewicht aber lediglich um die Hälfte an. Allgemein kannst du dir merken, dass die benötigte Zugkraft mit der Anzahl N tragender Seile zusammenhängt. Als tragendes Seil bezeichnen wir jedes Seilstück, das zwischen einer losen Rolle und einem festen Wandhaken bzw. einer festen Rolle verläuft. Die Zugkraft, die du aufwenden musst, kannst du daher mit folgender Formel berechnen. Die Zugkraft Fz ist gleich dem enden Anteil der Gewichtskraft Fl. Die Gewichtskraft kannst du durch die Multiplikation der Masse M mit der Erdbeschleunigung G ersetzen. Den Zusammenhang zwischen dem Zugweg und der zurückgelegten Strecke der Last kannst du durch die Formel Zugweg ist gleich N mal die zurückgelegte Strecke der Last ausdrücken. Schauen wir uns das doch am besten an einem Beispiel an. Hier siehst du einen Flaschenzug mit vier tragenden Seilen. Nehmen wir an, du willst mit diesem Flaschenzug ein Gewicht um drei Meter anheben. Welche Strecke musst du dann mit dem Seil ziehen? Dies kannst du ganz einfach mit unserer Formel berechnen. Der Zugweg ist gleich Anzahl N tragender Seile mal Weg der Last ist gleich vier mal drei Meter. Du musst also zwölf Meter am Seil ziehen, um das Gewicht drei Meter anzuheben. Stell dir nun vor, du musst mit dem Flaschenzug einen zehn Kilogramm schweren Farbeimer anheben. Welche Zugkraft musst du dafür aufbringen? Mit Hilfe unserer Formel für die Zugkraft kannst du diese ganz einfach mit 1 durch N mal Masse in Kilogramm mal Erdbeschleunigung berechnen. Durch Einsetzen der Werte erhältst du dann die Zugkraft. Du musst also 24,53 Newton aufbringen, um den Farbeimer anzuheben. Sehr gut! Nun weißt du, wie ein Flaschenzug aufgebaut ist und wie man damit schwere Lasten ganz einfach anheben kann. Bis zum nächsten Mal! Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos komm auf studyflix.de und hol dir unsere App!